Den Schattenbemod treffen wir im Königiental an der Wegmarke Finning und laufen von da aus nach Osten bis man südlich dieser Insel ist Es gibt da noch ein paar Vorevents wir machen jetzt noch das letzte Vorevent mit Da spawnen hier gleich drei größere Portale die angegriffen werden können und daraus können noch ein paar Champions oder Veteranen ich weiß es gar nicht ich sag's dir gleich erscheinen das Auge des Seitan ist da der Schauflerkommissar ist da wenn die aber erledigt sind Tja wir haben gar keinen gesehen auch gut geht's umso schneller kommt der Schattenbemod auch direkt aus seinem Loch Der Schattenbemod ist da ja man schlägt da mit dem Hammer auf seine Zähne ein Gelegentlich wird man auch nochmal weggeführt oder es waren zwischendurch auch nochmal Portale Aber man kann auch einfach da stehen bleiben und die ganze Zeit Schaden machen Kein großartig kompliziertes Event Aber hübsch anzusehen ist er ja Kein großartig kompliziertes Event Kein großartig kompliziertes Event Kein großartig kompliziertes Event Und das war's dann auch schon.